So, da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder. Und was haben wir heute? Heute ist der erste Weihnachtstag. Und am ersten Weihnachtstag gibt es... Geschenke! Noch mehr Geschenke! Du hast doch gestern schon was bekommen. Ja, aber die Kinder, die gestern noch nichts bekommen haben, die bekommen doch heute ihre Geschenke. Stimmt, die bekommen heute ihre Geschenke. Geschenke! Geschenke! Das ist doch gut. Yay! So, aber wir wollen die Geschichte von Jesus weitererzählen. Die ist nicht damit zu Ende, dass Jesus geworden wurde? Nein, die ist damit noch nicht zu Ende. Dann kam noch was Wichtiges ein paar Tage später oder eine Zeit lang später. Wie, was Wichtiges? Ja, was ganz Wichtiges. Und zwar waren da Leute unterwegs von weit, weit weg. Wie, von weit weg? Aus Detmold? Na, wir wohnen doch in Detmold. So weit ist das nicht. Oh, aus Wollanwerk? Nee, noch viel weiter weg. Aus, aus, äh, äh, Haderborn? Nein, noch weiter weg. Die kamen irgendwo aus, keine Ahnung, tausend oder zweitausend Kilometer Entfernung. Und wir lesen davon im Matthäus-Evangelium, auch Kapitel 2, ne? Schon witzig, Kapitel 2, so wie gestern bei Lukas. Stimmt, Lukas 2, der hat die Geschichte von Jesu Geburt. Und Matthäus 2, die Geschichte von den, was steht da? Die Weisen aus dem Morgenland. Genau, die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Und was waren das für Weise? Waren die alleine, hatten die keine Eltern? Nein, nicht weise im Sinne von keine Eltern, sondern weise im Sinne von klug. Ach, kluge Leute kamen da. Hm, das waren kluge Leute, die da kamen. Gelehrte vielleicht, wer weiß, vielleicht sogar Könige. Wie, aber da steht er doch nicht, da steht der Weise. Hm, aber das können wir Schlussfolgern aus dem, was sie Jesus schenken. Oh, was schenken sie ihm denn? Oh, das kommt später. Erst sind wir, da sind wir noch nicht. Okay, was passiert da? Ja, da sind sie unterwegs und sie folgen einem Stern. Was für ein Stern? Deine Hand? Nein, nicht meine Hand, aber ein Stern, der am Himmel war. Die haben nämlich Sterne beobachtet und geguckt. Aha, da ist ein Stern erschienen. Du, das ist doch nur deine Holzdecke. Ja, aber die haben in den Himmel geguckt mit ihren Augen. Ach so, dann haben sie Sterne beobachtet. Hm, die haben Sterne beobachtet und haben gesehen, da ist ein neuer Stern erschienen. Das heißt, da ist ein König geboren. Und das wussten die vom Stern. Ja, die hatten irgendwie, konnten sie das daraus lesen. Und dann, dann sind sie losgezogen und sind dem Stern gefolgt. Wie gefolgt? Hat der einen Fall gezeigt? Pfff, keine Ahnung. Das ist doch komisch, wie sollen die denn da einem Stern folgen? Weiß ich nicht. Aber steht da, sie sind einem Stern gefolgt, der gezeigt hat, dass ein neuer König geboren wird. Bei den Juden, in Jerusalem. Okay. Und dann kamen sie auch nach Jerusalem. Und dann wussten sie nicht weiter. Wie nicht weiter? Nur, der Stern zeigte nicht weiter. Okay. Und dann haben sie in Jerusalem gefragt. Leute, wo ist denn der neue König? Okay, das wäre richtig, dass sie fragen. Aber die Leute in Jerusalem, die waren ganz erschrocken. Wie erschrocken? Naja, in Jerusalem, da war schon ein König. Aber das war nicht der König der Juden. Also schon der König der Juden, aber er war ein König geschickt von den Römern. Ach, die Römer. Ja, Asterix und Obelix. Daher kenne ich die Römer. Aha. Ja, aber nicht bei Asterix und Obelix in Israel. Okay. Ist das weit weg? Ja. Du musst übers Mittelmeer. Wie? Asterix und Obelix, der spielt in Frankreich. Okay. Und von Frankreich fährst du übers Mittelmeer, so nach unten rechts. Wenn du auf die Karte guckst. Und dann ist da irgendwo Israel. Ach, das war gar nicht da? Nee. Und trotzdem waren die Römer da? Mhm. Die Römer, die haben ganz viel Land erobert. Alle Länder rund um das Mittelmeer drumherum haben sie erobert. Oh. Wow. Hm. Das kannst du laut sagen. Wow. Ja, solltest du nicht so laut sagen. Wow. Ah. Du weißt, was ich meine. Ja, das ist auch schon cool, dass sie das geschafft haben. Mhm. Und in jedes Land, was sie erobert haben, haben sie einen von sich als König reingesetzt. Okay. Ach so. Dann war das jetzt ein römischer König. Mhm. Und das war der König Herodes. Und der hat das gehört und der hat sich erschreckt. Oh. Wie soll der sich erschreckt? Das ist doch gut, dass da ein neuer König kommt. Ja, nee. Der hatte Angst. Wie Angst? Der hatte Angst. Wenn da jetzt ein neuer König kommt, dann wird er bestimmt gegen mich kämpfen. Und was, wenn er gewinnt gegen mich, dann wird er der neue König. Und ich bin nicht mehr König. Oh. Das stimmt. Das wäre nicht gut. Wenn ich König wäre und höre, dass er ein neuer König ist und der König sei an einer Stelle, das wäre nicht gut. So hat sich das der König Herodes auch gedacht. Aber er war schlau. Wie schlau? Na, der hat die Weisen zu sich gerufen und hat gesagt, kommt mal her. Lass mal hören. Was habt ihr da gehört? Wo sollt ihr hin? Wisst ihr schon, wo er ist? Okay. Und haben sie es ihm gesagt? Naja, sie wussten ja selber nicht. Sie mussten fragen. Und dann wurde ihm gesagt, ja, in Bethlehem soll er geboren sein. Unsere alte Bibel, damals war es nur das alte Testament, da steht drin, in Bethlehem wird er geboren. Okay. Und was hat der König dann gemacht? Der hatte doch jetzt Angst. Aber der war auch schlau. Er hat gesagt, ja, ihr Weisen aus dem Morgenland, geht da hin und wenn ihr ihn gefunden habt, dann kommt er zu mir zurück und erzählt mir von ihm und dann will ich auch hingehen und ihm gratulieren. Ach, hat er doch nicht Angst gehabt? Doch. Wie? Der wollte doch gratulieren. Hm, nee, der wollte nicht gratulieren. Der hatte was anderes im Kopf gehabt. Wie im Kopf? Der dachte sich, wenn ich weiß, wo dieser neue König lebt, dann gehe ich hin und töte ihn. Ah! Hm, ja, also wir werden alle erschrocken, aber das hat er den Weisen nicht gesagt. Oh, ein listiger Bursche. Hm, ein listiger Bursche. Und dann, was haben die Weisen gemacht? Naja, die wussten ja nicht, dass er trickst, also sind sie losgezogen nach Bethlehem und haben tatsächlich Jesus gefunden. Jesus gefunden. Ja, komm, wir lesen es hier nach in Matthäus Kapitel 2. Ab Vers 10. Ja, das klingt doch gut. Und Geschenke, da hat sogar Jesus Geschenke bekommen. Hm, ja, sogar Jesus hat an Weihnachten Geschenke bekommen. Das klingt gut. Und ja, weißt du was? An diesen Geschenken kann man sehen, das waren richtig reiche Leute. Hi. Ja, guck mal. Gold. Gold hatte nicht jeder. Oh, stimmt. Ja, und die werden bestimmt nicht nur so ein bisschen gebracht haben, sondern mehr Gold. Oh. Und Weihrauch. Okay. Weihrauch, den hat man eigentlich im Tempel benutzt. Ah. Das konnte also auch nicht jeder kaufen. Und Mürre. Okay. Ja, Mürre war ein Gewürz, ein Kraut. Und das hat man für Medizin gebraucht oder für andere Sachen. Und das war auch teuer. Ah. Und deswegen meinen manche Leute, das könnten sogar drei Könige gewesen sein. Und dann hast du drei Könige? Wissen wir nicht. Wir lesen nur, dass es weise waren. Aber es kann sein, dass es wirklich Könige waren. Oder dass ein König die mit diesen Geschenken geschickt hat. Und weißt du, was interessant ist an diesen Geschenken? Was denn? Guck mal, was sie bedeuten. Gold ist so wertvoll, dass es einem König gehört. Das zeigt, Jesus ist tatsächlich König. Okay. Und Weihrauch, der wird eigentlich... Fast nur im Tempel gebraucht. Das heißt, Jesus ist nicht nur König, sondern auch Priester. Wow. Und Mürre, das heißt, das wurde häufig da gebraucht, wenn jemand gestorben war. Dann hat man ihn mit vielen Kräutern eingerieben, damit er nicht stinkt. Und Mürre war dabei. Oh. Und das zeigt, dass er irgendwann sterben wird. Mhm. Das zeigt, dass dieser König und dieser Priestergottes auch irgendwann sterben wird. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch bei der Geburt. Ja, das kommt ja später. Genau. Weißt du wann? An Ostern. Genau. Richtig. An Ostern kommt das. Und jetzt? Was haben sie denn gemacht? Naja, die haben sich gefreut. Aber weißt du was? Dann hatten sie einen Traum. Wie einen Traum? Haben sie etwas Schlechtes geträumt? Nein. Der Engel Gottes erschien ihnen im Traum. Was hat er gesagt? Er sagte ihnen, ihr drei weißen Leute, geht nicht zurück zu Herodes. Der möchte das Kind töten. Geht zurück in euer Land. Und dann ist alles gut. Und das haben sie gemacht? Mhm. Und der Engel ist auch dem Josef erschienen. Wie? Den Weisen und Josef? Mhm. Den Weisen und Josef. Und was hat er ihnen gesagt? Hat dem Josef gesagt, du Josef, der König Herodes, der ist sauer auf euch. Wie auf Josef? Nein, nicht auf Josef, aber auf Jesus. Wie auf Jesus? Naja, ein neuer König und da ist schon ein König. Das ist nicht gut. Ah ja, stimmt. Hast du ja erst erzählt. Und dann hat der Engel dem Josef gesagt, Josef, nimm deine Frau und das Kind und lauft weg nach Ägypten. Ich werde auf euch aufpassen. Lauft weg und dann werdet ihr nicht sterben. Oh, und dann sind sie weggelaufen. Dann sind sie nach Ägypten gezogen und waren ein paar Jahre da und sind später wieder zurückgekommen. Der König hat Dida nicht getötet. Er hat das Kind gesucht. Er hat alle Kinder in Bethlehem getötet, die jünger als drei Jahre waren. Oh, das war ja ein böser König. Das war ein richtig böser König. Der war echt grausam. Ja, aber Jesus hat er nicht erwischt. Ja, das ist gut. Dann war der in Ägypten für ein paar Jahre und dann sind sie zurückgekommen. Da, lebendig. Mhm. Dann sind sie lebendig zurückgekommen. Und es war alles gut. Gott hat auf sein Kind und auf die Eltern aufgepasst. Das ist doch super. Ja. Gott hatte damals das Licht in diese Welt gebracht und hat auch das Licht den Eltern gebracht und auf sie aufgepasst. Und er bringt auch das Licht in unser Leben. Wie? In unser Leben? Ich dachte, wir müssen nur Licht anschalten. Nein, das meine ich nicht. Ich meine nicht das Licht, was wir hier haben. Ach so. Was ist Licht 19 dann? Die Hoffnung, die er uns gebracht hat. Wusstest du das nicht? Nee. Doch, warte. Du hast gestern irgendwas gesagt. Ja. Die Hoffnung, diese gute Nachricht, dass wir mit Gott versöhnt werden, dass es mehr gibt als nur dieses Leben. Oh ja, das stimmt. Das ist gut. Mhm. Und wenn unser Leben nicht so gut läuft, wissen wir, es kommt was anderes. Es kommt was Besseres. Und Gott liebt uns trotzdem. Ja. Das ist gut. Gut. Dann wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Ein paar schöne Weihnachtstage. Und was sagst du den Kindern? Äh. Gebt mir eure Geschenke. Nein. Doch. Ich will ganz viele Geschenke. Ach Jack. Du sollst doch nicht um Geschenke betteln. Doch. Ich will ganz, ganz viele Geschenke. Hey, hey. Du hast doch auch was bekommen. Nee. Was denn? Weiß ich gar nicht. Gucken wir mal. Hm. Okay. Vielleicht finden wir morgen, was du bekommen hast. Ja. Ich habe gesucht, aber nichts gefunden. Ja. Gucken wir gleich mal. Du hast bestimmt ein Geschenk. Nee. Doch. Okay. Gucken wir mal. Guck. Bis morgen, Kinder. Auf Wiedersehen. Tschüss.